Willkommen zurück zu Let's Play Lego der Herr der Ringe. Wir machen nun die Wetterspitze. Was fehlt denn hier? Neun Minikits, der Entwurf und die drei Schätze, Gegenstände. Er hat ja doch Licht, das sollte doch gehen. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Vielleicht, dann darf Gandalf hier wieder Licht machen und sich das Minikit nehmen. Sam hatten wir damals hier ja dabei, aber das Elbenseil hatte er noch nicht. Drittes Minikit. Graben konnte Sam damals glaube ich schon. Oder einpflanzen. Also ja, natürlich konnte er das. Haben wir ja im letzten Level auch gebraucht. Weil ich will das Geld hier haben. Das solltest du auch nicht. Hier rüsten wir die Angel aus, die Mithrilangel. Dann packen wir den Fisch in die Pfanne. Und dann schießen wir dort mit irgendwas drauf. Mit dem Mithrilbündelbogen. Dann können wir auch direkt das dort oben noch treffen. Und damit schießen wir immer drei Pfeile. Oh. Ähm. Na gut. Ich glaube, angeln konnten wir damals noch nicht. Ich dachte eigentlich, da gibt es nur eine Zutat. Das war der einzige Grund, warum ich das gemacht habe. Aber gut so. Ansonsten. Hätte ich mich am Ende des Levels wieder gefragt. Wo das denn nun ist. Ja, Sauron kann da immer noch nicht durch. Egal wie oft ich das versuche. Okay. Da haben wir das Ei. Einmal Feuerholz fehlt ja noch. Wo bekommen wir das denn her? Hiervon? Nein, hier. Hiervon. Das leuchtet so. Und rein damit. Dann machen wir Feuer. Wechseln wieder zu Sauron. Und machen was zu essen. Und hier geht es weiter. Kannst du das jetzt hier mal zerstören? Nein. Pack den weg. Sind wir schon? Ja, sind wir schon. Wahre Abenteurer. Sind wir ja schon. 1 von 3 aber ich glaube, da das da kein Pfeil drüber ist dass wir das schon haben so, das hier konnten wir damals nicht machen und hier haben wir auch ein Minikit die Hälfte haben wir schon mal gut, dass wir schon zusammen gewechselt haben nein, weckst du doch den Charakter geht anscheinend nicht während man dort rumkriegt und dass das hier geht, habe ich auch schon daran habe ich auch schon nicht mehr gedacht warum auch immer wo tauchen diese Teile denn jetzt auf unten oder oben hier brauchen wir wieder Sam um was abzubrennen vielleicht ist das hier jetzt ja das erste Level was wir beim ersten Versuch zu 100% schaffen vielleicht ist der ja noch mehr als nur dieses Minikit tatsächlich ist der noch mehr wo sollte ich denn da lang okay, eben ist er da einfach durchgekrochen und was haben wir hier die Feder drei Minikit spielen noch der Entwurf und ein Schatz eins von drei bist du stark? nein, nicht du ein weiter ja, er ist stark ein Minikit zwei von drei drei von drei ist hier hinterher vielleicht der Entwurf nein, da ist der andere Schatz den Hut sehe ich doch schon die Aufgabe dafür haben wir ja erst im letzten Part freigeschaltet aber wo ist nun dieser Entwurf aber wo ist nun dieser Entwurf der Schwindel der Schwindel ist noch im Moment mal das ist nur Feuer was wir hier gerade aufbauen, das hier wollen wir aufbauen irgendwie glaube ich glaube ich an dem Entwurf sind wir schon dran vorbei wir gucken uns hier nochmal ganz kurz um vielleicht finden wir ja doch noch was was so aussieht was so aussieht was so aussieht als ob hier was sein könnte aber ich glaube hier nachher ist ja auch schon Ende des Levels naja dann wohl doch nicht beim ersten Versuch und dann schneide ich halt gleich rein wo der fehlende Entwurf ist ich weiß jetzt wo der Entwurf ist und und angeln konnten wir damals doch schon ich habe mich da eben wohl nur ein bisschen verguckt das Quiche Entchen kam davon dass wir die Zielscheibe über dem Wasser abgeschossen haben naja dann kümmern wir uns jetzt ganz kurz um den Entwurf der ist nicht weit weg wir müssen hier nur einmal kurz das erste wieder machen und danach direkt im nächsten Gebiet ist er auch schon der Entwurf oh na das muss doch Samba aufnehmen oh weg damit dann wieder Feuer machen dann wieder das Essen machen und dann müssen wir hier rein und hier haben wir den Entwurf direkt bei uns was bekommen wir denn hier vielleicht ja etwas was wir für einen Stud Multiplikator brauchen Musikstiefel nein aber ich glaube wir haben dafür schon die Person gefunden die die haben möchte aber die gibt uns dafür keinen nützlichen roten Stein naja aber hier bin ich dann nun erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal Zeit bis zum nächsten Mal Schnell